Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modellisenband RäumeTV. Ja hallo zusammen, heute geht es in diesem Teil weiter mit unserer Videoüberwachung. Ja, haben wir natürlich Gedanken gemacht, wie ich diesen Monitor-Fernseher positioniere und ich bin jetzt zu der Entscheidung gekommen, dass ich keinen Haltearm hin mache, sondern ein Brett hin, weil die Haltearme A zu teuer sind und B dann mit diesem Schrank hier wahrscheinlich vom Gewicht her die Schrauben nicht so halten oder ausreißen und ja, jetzt mache ich halt Winkel hin und dann kommt der Fernseher da drauf und jetzt schauen wir mal, wie das dann aussieht. Also viel Spaß beim Anschauen dieser Folge. Also wie gerade erwähnt ist das jetzt unser Brett. Hier kommt das dann hin, das muss ich jetzt mal anpassen in der Höhe. Wird dann eben verschraubt. Ja und da kommt dann eben der Monitor, der Fernseher drauf und dann schauen wir mal, wie das wird. Dann schnauze Dann schnauze Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, der Fernseher steht jetzt so. Habt ihr gesehen. Ja, so positioniert kann man ihn lassen. Ich sehe also kein Problem. Ja, stabil. Wackelt nicht. Ist ganz dran. Wunderbar. Ja, dann können wir jetzt mal an die Stromversorgung gucken. Da oben. Das war hier erstmal legen, die zwei Sachen. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir die Stromversorgung verlegt. Wir kommen hier einmal mit dem Strom vom Fernseher und einmal mit dem Kabel der Übertragung. Hier haben wir den Trafo für die Kamera. Zweimal angeschlossen. Einer ist es noch frei fürs Licht dann da oben. Ja, und da oben ist die Kamera jetzt. Und jetzt machen wir mal dann den Test, ob es funktioniert. Wir simulieren jetzt mal mit dieser Taschenlampe das Licht. Die Lampe, wo doch hinkommt. Ihr seht, sie leuchtet soweit alles aus. Und ja, müssen wir mal gucken. So, runter von der Leiter. Jetzt haben wir hier ganz einfach die Stromversorgung zum Einschalten. So, Fernseher tut. Jetzt ist das rote Licht. Jetzt schalten wir mal ein. Und schauen wir mal, was passiert. Yes! Es funktioniert. Wir sehen oben die Lok. Wir sehen die Weichen. Perfekt. Ja, jetzt sind wir am Ende von diesem Teil. Der Kameraüberwachung für die Modelleisenbahn. Und ich denke, es gibt noch einen Teil. Dann ist diese Serie vorbei. Ihr seht ja, es hat funktioniert soweit. Ja, jetzt müssen wir noch überlegen, was wir für ein Licht genau oben hinbauen. Wir sehen, dass diese Schattenbildung nicht so ist. Und müssen wir natürlich mal genau gucken, wo wir die Kamera dann letztendlich positionieren, um optimale Sicht zu bekommen. Und ja, im nächsten Teil, seht ihr dann, machen wir das, wir machen das erst mal Gedanken wegen der Lampe. Und wenn wir die soweit haben, dann wenden wir uns wieder. Bis dahin, sage ich mal, viele Grüße. Und verbleibe wie immer. Bis zum nächsten Video dann. Und sage, bis dann. Viele Grüße. Euer Markus. Tschüss und Tschüss.